ja wer fliegt willkommen zurück zu folge 2 wie fliegen unter dem Zeitraum wieder fertig jo diesmal sollte ich vielleicht nicht meine Raketen verballern aber noch mal ich mal den Funk leise weil der stört ein bisschen er ist verlauert alter was schießt hier Alter unser Team ist gar nicht mal so schlecht, wir haben schon 8 Punkte wollen wir jetzt mal richtig in die Stadt wollen wir mal richtig in die Stadt da reinfahren wenn du drauf gehen willst, können wir das machen ja komm, 4000, hallo ja ok dann muss ich kurz unter Sie wohnen 200 Meter, 300 Meter, 300 dann machen wir mal ein bisschen Action ah, das ist ein Quad-Bike von uns wo? vor uns, wurde mir gerade angezeigt stimmt ich seh's zwar nicht, aber ich seh's auch nicht, aber es ist angezeigt, auf der Karte vielleicht so zack überfahren, nein Flick umm Bye Gut, ihr habt einen Punkt, ist nochmal korrekt. Halt mal kurz an Datcast Ähhh ... bremsen! Eier an de Tressen ... ein Stück zurück bitte! Biep ... Biep ... Biep ... So? Ja ... So ... Da läuft keiner lang ... Da traut sich auch niemand ... Wo hab' ich denn hingeschossen? Sag mal ... Das war noch weiter ... da ... da kommen wir erst noch hin Ja ok, hmm ... fahren mal. Ich glaub doch da war's. Der Berg da. 1,2 Kilometer kommt hin. Don't go, can you pick me please? Nö. Wo ist er denn? Hat er geschrieben? Na doch. Er ist fast so gut wie neben mir. Halt an, fahr nach rechts. Halt an, halt... Ich weiß. Achso, will er mit? Ja. No problem, you're welcome. Erstmal selbst fallen. Ja, ist okay. Zeit haben wir ja. Ich hängt. Schreib dem mal, ne? Ja, mach mal. And peace, sir. Nö, 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 da steht ein Mohawk. Ja, ich wusste gar nicht, dass er uns gemeint. Anhalten! Was? Instant anhalten, bitte. Hab ich doch. Oh, 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 oh. Es piept. Ja, hol den Rückerstein rein. Komm, ruh den. Ich sag doch, es piept. Hä, 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 hä. Ich sag doch, es piept. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä, hä. Wofür zum Thema, wir fahren mal in die Stadt rein. Du hast gedacht, ich soll anhalten. Hä, 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 hä. Da war ein fucking Mohawk. Da war ein fucking Mohawk. Dann kamen genau diese Messungen. Ich bin doch kein Anti-Tangler gehört. Dann hätte unser Commander Hardcore die Z-Taste spammen müssen. Nein, die sind dann weggefallen. Ja, die flogen. Was? Äh, ach so, Escape-Rooten zum Respawn. Ich wundere mich schon, warum passiert hier nichts? Ja, ja, ja. Rausgeflogen. Ja. Ah, du fliegst gar nicht mit. Nee. Nein, Marvin. Das ist halt ein Mohawk. Ja. Hier brennt noch unser Brack. Kann ich mir mal das Fahrzeug einsteigen? Bitte lass es offen sein. Ja, Mann. Ich dachte, es kommt so. Verdammt. Nein, ich bleib im Offroad. Okay, der redet gerade irgendwas im Vehikel-Shit. Aber, naja. Ich hab jetzt den von... Ja, klar, aber Karol-Shit. Nein, das war zu niedrig. Oh, willkommen, Maid. Ich komme zurück. Aber ich hab 100 Punkte gekriegt wegen Objektiv- und Offensive, ne? Also immerhin. Hat sich doch gelohnt. Okay. Wo fährst du denn da lang? We got some anti-tank lunch at Spawn Camping. My friend says. Der mech meit... Well, I'm pretty sure. He killed us. He killed us. Lo... What did that say? Oh... Ah. 100 Meter! Warte. Ich bin... You think... Du... Das ist dein Ernst? The cop. The cop. The cop. The cop. What did I say? Hey! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Der wollte mir nicht glauben, dass er anti-tank-loter sind wie so. Mal, I'm... Alter, überfährt der mich erst mal. Hammer-geil. mit ihr alle ich will ich nicht für so ein wir sind wieder in einem hollicht kommt weiter und die ab um wotter von dem mannig war wegnehmen ja komm nein 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 Alter so jetzt hier, jetzt komm hier quatsch hier quatsch, hallo quatsch auf sich du hast ein superer Karten ja, ich fahre halt ein quatsch oh oh, wir froh, das geht also steigt der eiskalt ab schnapp ich mir die Karte ja, ist jetzt ein Jedi ich hab mir einen Platz ergattert der einen ist rausgesprungen in den Hepp ui wir werden doch wahrscheinlich aufgehen zack, tot NEIN der will nicht einfach landen, oder? der will nicht einfach landen, oder? wir werden schon beschossen, du Mongo du kannst doch jetzt nicht landen hmmm aber ich dachte gerade du bist tot ok, er landet wirklich ok, wir werden das nicht überlegen ok, wir werden das nicht überlegen mein Gott hier wir werden hier ich bleibe Gott nie wie war das gestern T nach Los vor Take on me! Die Sniper sind ja wirklich ätzend hier. Ach stimmt, ich wollte Brab noch zurück schreien, mal egal. Brab, Brab. Ah, ffff, was wir gegen die Mauer gefahren? Brab, 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 Brab. Ich nehme die Sniper. Sniper? Sniper! Boah. Alter. Oh mein Gott. Gut, das ist überhaupt nicht lag bei ihm. Den mute ich jetzt erstmal den Pfarrgott. Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Äh... Alter, wir gehen da voll ab, schon 11 Punkte. Äh... Ich bin den vor allem nicht. Soll ich dich abholen, also zu dir kommen? Nee, nee. Okay. Ich hoffe, das war er. Stumm. So. Alles safe. Äh... Ich hab ne THG 21, die total scheiße ist. Wir haben silenced Schüsse in meiner Nähe, die auch nicht gehen. Ah, Stein. Ich hab ne Kadiba. Ich hab ne Kadiba. Oh, das gilt aber grad ganz schön werbe. Wer hat hier grad in der Sniper? Wir schossen. Ohne Scheiß. Was? Wie viele Raketen hier fliehen, das ist der... Äh, so. Wer ist denn Quatsch? Hat jemand Quatsch vom Bomben gesetzt? Alter, geht aber ab. Was war das bitte? Ich hab ne Raid aus dem Turm. Da liegt eine Leiche. Ja, sehe ich auch so. Oh man, du bist so tot. Du hast ein paar Sachen für mich. Ich fahre weiter. Äh, nachladen. Nein, nicht nachladen. Egal, jetzt hab ich Leuchtspur. Leuchtspur ist das beste, Junge. Naja, ich nicht, aber auch. Kannst halt. Na, jetzt fängt's wieder an bei mir zu lecken. Alter, hörst du auch diese fucking Sniper-Schüsse? Ich will eine Leuchtspur mit einem Fallschirm. Oh, vor mir kommt direkt einer mit dem Fallschirm runter. So, den überfahre ich jetzt erstmal. Nein, ich hab ihn nicht getroffen! Ich hab ihn gekillt! Woohoo! Oh, hier ist einer bei mir! Hilfe! Ich kann mich nicht treffen. Wo ist er denn? Bei mir! Hinter der Mauer. Lol! Wow! Wie läuft jemand Granaten zu mir? Ja, das... Wow! Ich überleg' mich ernst! Smarter Team, Mama! Bitte nicht! Soll ich die verwirfen? Nein, nein, ich bin schon tot. Mir tut man nicht am Respawn. Ich versuche mir jetzt irgendwas keiliges im Spawn zu snacken. Aber am Spawn steht nichts geiles. Das können wir denn nicht mehr machen. So! Zer weg, Junge! Geil! Da ist aber noch einer. Nur so als Info. Ja, aber einen hab ich schon mal weggemacht. Immerhin, ja? Goop! Wenn ich mir den Holocel... Boah, ich kann mir den Holocel permanent kaufen. Das ist schon mal göttlich. Mal etwas besser schießen. Was auch so geil! Wir stehen ja vor allem mal beide vor uns. Also er vor mir... Oh mein Gott! Hier steht mir was total awful. What the fuck? Was für ihn? Ich mal ein bisschen weg. Was für ihn? Ja. Nehm ihn doch. Erstmal eine Selbstverhandlung werden. Oh oh. Ja komm. Läuft. Hatten Spacken her. Was denn? Sie ist auf den bewaffneten... Kurzabkommen. Ok. Aber ich kann nicht mehr sprinten. ... Wer hittet ihr auf mich? Wer hittet ihr auf mich? Wer hittet ihr auf mich? Ja, auch gut.